hallo und herzlich willkommen zurück zur spark challenge ich habe mir überlegt bevor ich jetzt wieder raus renne und diesen lustigen endermen jage oder die endermen werde ich mir einfach mal einen kleinen zutritt verschaffen um den weg abzukürzen damit einfach nur auf dem puffer geht immer außen rumgelatschen mache ich ganz oldschool ganz klassisch einfach nur mit ein bisschen abzukürzen gut ist nichts besonderes einfach nur ein loch durch die mitte loch durch die mitte knopf machen war dafür können die ja nicht bewegen oder soundtor ist jetzt blöd das ist jetzt blöd den machen wir da unten rein zack kurz aufgemacht weg kennt nochmals weh naja ist egal naja wenn man jetzt kommt einfach mal schnell so kann ich auch lassen mit die knöpfe kann ich auch mit der hand machen von draußen nach drinnen doch das macht schon sinn ansonsten mit druckplatten die druckplatten ist scheiße wir rennen ja auch viel herum wenn die hier rum rennen dann machen sie mir nur alles kaputt will ich nicht so was haben wir ja wieder rauslegen weil brauchen wir nicht und wir müssen nicht provozieren hier irgendetwas mit absicht zu verlieren so auf in runde 3 mal gucken ob die sich jetzt zeigen können wir aufgelassen so was haben wir denn geschönt wir haben wir haben skelette skelett da oben steht ein creeper aber immer noch keine inner männer ganz schlecht eins zwei ist noch mal anschleichen hier ist wieder ein zombie mit was mit rüstung ein skelett mit rüstung mit jölner rüstung hauptsache du hältst dich für schick sooo aber auch nix oh zack nein 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 trifft der mich hier im flug oder was nein zischt hinter mir ich hab's gehört ich hab's gehört was haben wir jetzt hier naja haben wir noch einen bohren mitgenommen na gut aber ich wollte einen enderman ich brauch eine enderperle zwei enderperlen kiekse blöd spür die machen wir auch platt noch ein bogen naja ist ja nur aus schrott mögen wir hätten kompletten zusammen kraften ey wo sind die denn hin das kann doch nicht sein das ist unglaublich die haben immer auf dem flachland links die gespawnt öh seh wo kommen die denn jetzt her die haben immer auf flachland gespawnt und nun sind sie weg die feigen hunde komm wer hier na die skelette sind ja hier echt ohne ende aber keine endermänner bist du ein enderschwein ne gibt nur fleisch keine ender keine schweineperle stehen und warten ist aber auch blöd wenn wir uns die nächsten vor oh zack hier von hinten hier einmal ja natürlich spielt er denn hier mit mir hier texas chainsaw massaker hat er richtig aus dem augenwinkel gesehen endermann 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 entferne mich schon wieder viel zu weit von meiner base ich wollte gerade sagen da stand was grünes hinterm baum da verstecken die sich hinterm baum ich glaube nicht sooo hier war doch eben gerade noch eine höhle gewesen irgendwie ne kann das sein gerade richtig geguckt ja hier ist was nein 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 ach es ist mir kanzler Andere, Andere, Alter, du bist ganz schön leichtsinnig hier. Das ist Maria und Josef. Tja, soviel dann dazu. Achso, hier war er ja nisch, war doch irgendwie in beiden Richtungen hier irgendwie Sackgasse oder so, ne? Ne? Kann man auch noch im Eisen liegen lassen, aber hier unten waren wir trotzdem schon. Aber hier ist kein Enderman zu sehen. Kein blöder Enderman. Oh, Eisen ohne Ende? Kohle haben wir auch noch. Keine Spitze dabei. Naja. Merken wir uns. Das ist gerade nicht Ziel. Ziel ist ja, das zu finden, was man immer gerade nicht findet. Oder so. Wahnsinn. Links hab ich noch einen Creeper hier sehen. Einen Terraformer hier. Ich wünsch jetzt auch noch ein bisschen Aggro. Ach, ist da wieder ein Creeper. Da müsste mehr Drophäen. Mehr Attacke. Hier läuft doch irgendwo noch unten. Naja, kommt doch. Ja, kommt doch her. Ja, 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 ja. Macht doch einfach. Hier kommt. Zack. Tot. 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 Wollen wir ein bisschen Schnitzel mitnehmen? Ey, wir haben so viel Fressen, Alter. Das brauche ich alles überhaupt nicht. Ich glaube, da hinten muss ich hin, wa? Nehmen wir mal einfach noch den Creeper hier oben mit. Nee. Wo ist er? Wo ist er? Hier ist der, hier ist er. Ich hab ihn gerade rumtanzen sehen. Wo ist er? Da. Nehmen wir alles mit. Wöße. Nein! Wir haben hier was vom 찾eln, den Weg versperrt? Scheiße. Mann, wo sind die, ey, ist so, Mann, hehehe, wo sind die, zeig dich doch mal, habt ihr so viel Schiss vor mir, äh, ich will nicht. Die hat schon die Pulle in der Hand, siehst du das, Glowstone, Storben, okay, aber ohne Ent, finde ich auch keine, änder Männer und, und, was ist das ätzend, ist das ätzend, ey. Schnell durch, Tür zu, genau. Und was mache ich denn da jetzt so? Müsstet mich wirklich da irgendwo hinstellen, da oben, auf meine Mauer? Und das hat man ganz so weit spawnen lassen. Er ist immer noch da, sehr schön. Alter, ist das ätzend. So, Mob-Drop, Mob-Drop. Äh, ne. Glowstone war im Nether-Bereich. In der Nether-Abteilung. So, ein bisschen Wirkenholz hier. So, ups, und noch mehr Mob-Drop hier. Ah, wieder spinnenfäden, Knochen, also daran hapert es nur wirklich, ne. So, machen wir mal aus ein paar Bögen hier. Oh. Der ist ja fast wieder. So, hier mal einen kompletten Bogen. Quatsch. Nur einen kompletten Bogen wieder raus. Na, wer sagt's denn? Wer sagt's denn? Gut. Das wieder hier rein, hier rein, hier rein. Ordnung muss sein, Freunde. Da kommen wir nicht drum rum. Hm. Wieder fast 13 Minuten und nicht ein Enderman gefunden. Alter. Gut. Muss ich mich echt nochmal belesen. Und mir nochmal einen Plan machen. Wo ich mir Endermänner her finde. Was da vielleicht irgendwie einen Trick gibt, ein Prinzip gibt, wie die halt spawnen oder wo die spawnen. Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Und das backen da da rum, das macht mich richtig irre. Ja. Hm. Na gut. Dann ist das so. Mal ein bisschen Schweinefleisch, Rindballein. Wenn wir schon mal hier sind. Wenn wir schon mal hier sind. Mal noch ein bisschen Luft. Bruchsteine. Ja. Bruchsteine. Die heißen nicht mehr Pflastersteine. Die heißen jetzt Bruchsteine. Ich weiß immer noch nicht, warum die so heißen. Aber es ist so. Lager ausbauen. Futterlager da rein. Rest irgendwie da rein. Dass wir das Haus da drüben irgendwann mal versuchen abzureißen. Und das alles ein bisschen neu aufbauen. Und dass das hier unsere Base wird. So ein bisschen Netherquartz haben wir ja auch zum verschönern. Wolle. Naja gut. Wolle. Naja. Kicken wie es in dem Texture Pack hier aussieht. Was übrigens immer noch der Grunge DB Craft ist. Was ich einfach nur mit am geilsten finde. Och herrlich. Ja. Juli. Hier noch geschwärmt. Ich stelle mich mal einfach. vor meine Tür. In der Annahme, dass mich jetzt hier nicht überfällt. Gehe in den Inventarbildschirm. Bedanke mich für zuschauen. Wir sehen uns morgen garantiert wieder. Und würde sagen. Bis dahin. Und tschüss. Bis dahin. 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 Bis dahin.